Willkommen zu Calistro Protocol. Ja, ich habe es mir heute gekauft und alle Sachen habe ich dafür. Kann ich es jetzt nur gerade nicht zeigen. Starten wir erstmal. Bin schon voll drauf gefreut und auch den geilen Anzug da. Final mischen, also die letzte Mission da. Der DLC. Ich habe alles. Zeige ich jetzt gleich mal, wenn es geht. Ich finde das so geil. Ich hatte das damals sogar fast auf Platin. Man hatte damals glaube ich einen Bug gehabt. Also ich habe es auf schwer gespielt. Habe es sogar geschafft. Habe den Endboss geschafft. Und schwer war die letzte Trophäe, die ich brauchte. Und es hat einfach nicht geklappt. Die kam nicht, die Trophäe. Das hat mich geärgert. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe den Schwierigkeitsgrad nicht gesenkt. Bestätigen. Dann noch einmal. Das ist halt scheiße. Wenn du alles richtig machst, jede Trophäe hast und dann fehlt nur noch schwer und du schließt schwer ab und die Trophäe kommen trotzdem nicht. Warnung vor Anfällen. Der Kalistro-Protokoll kann blinkende Lichter und Bilder enthalten, die epileptische Anfälle auslösen können. Selbst bei Personen ohne Vorgeschichte von Anfällen oder Epilepsie. Wenn Sie oder jemand in Ihrem Haushalt an Epilepsie leidet oder Symptome eines Anfalls auftreten, habe ich nicht. Zum Beispiel Schwindel, Sehstörungen, Augen oder Muskelzucken. Ja, Schwindel schon, aber das ist... Deshalb werde ich jetzt das hier ganz sicher nicht. Also Epilepsie habe ich nicht. Muskelzucken, Reisekrankheit und so weiter. Hören Sie sofort auf und aufzuspielen und konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie fortfahren. Sie können die Wahrscheinlichkeit eines Anfalls verringern, indem Sie große Bildschirme vermeiden, Pausen einlegen, in einem gut beleuchteten Raum spielen und nicht spielen, wenn Sie sich schläfrig oder müde fühlen. Dieses Spiel ist eine reine Fiktion. Alle Namen, Charaktere, Orte und Ereignisse, die in diesem Spiel dargestellt werden, sind Produkte der Fantasy des Entwicklungsteams und werden fiktiv verwendet. Jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen, Schauplätzen oder lebenden oder verstorbenen Personen ist ein zufällig oder eine solche Gleichgesetzung, ist nicht beabsichtigt oder sollte daraus abgeleitet werden. Es sei denn, dies ist ausdrücklich im Spiel angegeben. Das Spiel speichert automatisch. Ah, Hardcore-Modus habe ich ja auch, genau. Willkommen in der Hölle. Versuche die Geschichte erneut mit weniger fallen gelassenen Gegenständen zu überleben. Und den Seuchen-Modus habe ich auch noch. Ich habe alles. Das ultimative Survival-Horror-Erlebnis. Es gibt keine zweite Chance, der Haftanstalt Black Iron oder den Schrecken zu entkommen, die unter der Oberfläche von Callisto lauern. Aufstand-Modus. Willkommen im Aufstand-Modus. Ein Test des Durchhaltevermögens. Überleben soll so lange wie möglich, um die höchste Punktzahl zu erzielen. Zerlegen-Modus. Jacob übernimmt in diesem neuen Modus die Kontrolle und kann massiven Schaden anrichten, da jeder Schuss gegnerische Gliedmaßen abtrennt. Trophäen können in diesem Modus nicht freigeschaltet werden. Sehr schön. Letzte Übertragung habe ich nämlich auch. Das ist der DLC. Erlebe letzte Übertragung. Das herzzerreißende letzte Kapitel von der Callisto-Protokoll. Kämpfe dich durch die verlassene Haftanstalt Black Iron, um Malers Daten abzurufen und die Ausbreitung des biografischen Virus über seine Mauer hinaus zu verhindern. Ja. Season Pass habe ich. Letzte Übertragung. Aufstand. Ich habe alles. Hm? Ne, habe ich doch. Heruntergeladfacher Inhalt. Ja. War viel jetzt bei. Alles gekauft. Hier. Aber das ist noch nicht alles. Da sind noch Kostüme bei gewesen. Die sieht man jetzt da nicht bei. Aufstand Modus haben wir hier. Letzte Übertragung ist eine DLC. Schwerigkeitsgrad mache ich nicht. Charakterskin. Blut- und Gewaltdarstellung. Dann haben wir das. Infiziert. Schlangenhaut. Das sieht doch nice aus. Retro Gefangener. Retro Gefangener. Den hat man gekriegt, als ich das damals vorbestellt habe. Dann haben wir hier Redon Skin. Der sieht auch mega aus. Also allein von den roten Farben will ich den haben. Der Outdoor Way. Wachturm. Oder soll ich den nehmen? Schürfer. Entweder das blaue. Oder das rote. Anzug. Man kann auch sehen, wie der Anzug später aussieht. So rot. Oder das. Ich weiß nicht, was ich davon wählen soll. Das blaue lieber. Mal wie die. Sieht aber auch nicht schlecht aus, das hier. Das rote. Oder doch eher das blaue. Das blaue. Ja doch, das blaue, würde ich sagen. Das nehme ich. Das gelbe. Ja, das blaue. So. Da habe ich jetzt noch nicht die Rüstung. Also ich sehe jetzt im Moment da noch so aus. Zielhilfe. Untertitel. Auf jeden Fall an. Das war auch richtig. Wo ich sehe die Textfarbe. Schön rot. Damit man, äh. Sprecher. Nur mal blau. Damit man auch alles lesen kann. Wer was nicht versteht. Musik. Musik. An Musik. Lautstärke. Mache ich immer auf 60. Dialog. Wie ist das? An Dialog. Lautstärke auf 100. Haffig. Haffig. Jetzt mal gucken, ob man das da, ob ich das da anzeigen lassen kann. Jetzt schon. Ja, hier. Das habe ich. Das, das. Hier die ganzen Kostüme. Nur den blauen sehe ich da jetzt nicht bei. Naja, aber ich habe ihn ja. Hat man ja gerade gesehen, ne? Wenn man nicht blind ist. Oh. Ich werde mir alle Trophäen hier holen. Das war's, Jacob. Wow. Wow. Wie der Controller jetzt vibriert. Wenn man einfach hier her schaltet. Neu. Was? Neue Erfahrung. Letzte Bandraufstand-Modus. Hardcore-Modus. Seuchen-Modus. Zerlegen-Modus. Das mache ich nicht. Hardcore. Warte mal, Hardcore war doch... Ja, ich kann aber jetzt nicht sofort Hardcore machen. Kannst du mit noch skrupelloseren Feinden und fast nicht vorhandenen Gesundheit... Ja, ich will erst mal so durchmachen. Normaler Modus. Und dann mache ich Neuspiel Plus und dann auf Hardcore direkt. Da fehlt mir ja dann sowieso nur noch eine Trophäe. Ich würde auch jetzt gerne Hardcore machen, aber wenn ich jetzt Hardcore mache, dann kriege ich viel weniger. Viel weniger Gesundheit-Dinger, viel weniger Loot, viel weniger Geld. Normaler Modus. Ach, jetzt kommt die Schwierigkeitsgrade. Hochsicherheitstrakt. Dann mache ich erst mal nochmal. Oder leicht. Ich weiß nicht, ob die Gegner bei leicht ganz zu schnell weg sind. Das gefällt mir dann auch wieder nicht. Ne, ich mache nochmal. Wird schon reichen. Firmens Modus an. Und hoffentlich habe ich mein Gottstypen ausgerüstet. Los geht's. Das war's. Es reicht jetzt. Auf uns hat er die Arbeit. Hangar Control und UJC Kieran. Sie haben die Sicherheitszone verstanden. Verstanden, Hangar Control. Im Kurs auf Europa Station. Sagst du was oder sprichst du ganz stark mit diesem Scheißding? Ich wollte es sehen. Das ist unser letzter Flug, Max. Und wir haben das besprochen. Was willst du denn von mir hören? Erst mit Danke. Nach diesem Job haben wir endgültig ausgesorgt. Du hast ja voll den Plan. So sieht es aus. Komm schon, Mann. Was soll das? Hin und her, Kalisto nach Europa. Die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Es ist ein Gefängnismond, Max. Die nehmen ihre Sicherheit wichtig. Und was ist mit den Anschlägen? Wie erklärst du dir die? Die vom Autorway? Die greifen schon seit sechs Monaten Ziel im ganzen Sektor an. Haben mein Geld mal lahm und krachten auch bestbestimmt nicht. Sie sollten trotzdem nachsehen. Das macht ja nicht so viele Sorgen, ja? Bringe dich noch um. Die Steuerbord- und Planbord-Sension zeigen beide Fehlermeldungen. Geh das mal prüfen. Ich geh ja schon. Wertvolle, verbotene Gegenstände können für Credits verkauft werden. Ja, noch haben wir die Sachen nicht an. Aber das ist auch nicht hier im Schiff. Wenn das Spiel richtig anfängt. Oh, ja. 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 Audio-Protokolle BIOS. Drücke oben um das Inventar zu öffnen. Und drücke R1 um das DatenBIOS-Menü auszuwählen. Und verwende die Richtungstasten zum Auswählen von Daten, Bio-Kategorien und einzelnen DatenBIOS-Einträgen. Drücke die X-Taste um die ausgewählte Daten Bio anzusehen und erneut abzuspielen. Nach oben. Da haben wir so ein Schmuggel-Paket und ich habe die Daten. Und hier noch. Hier ist das Zimmer von seinen Kollegen. Anomalie, ja. Erkannt. Mhm. Die geile Rüstung kriege ich leider erst später. Viel später im Spiel. Oh, dieses blaue Ding. Und gleich so. Guck mal. Mit violetem Licht. Die Toilette. Cool. Du kommst schon, Lex. So bleibt man die gar nicht. Nee. Nee. So hingepackt? Nee. So packt man keine Kisten. Mitten in den Weg. Ja, das ist das, ne? Danger. Ja, ja. Gefährlich. Waffe, das lohnt sich. Mhm. Wie sollt ihr denn erst das jetzt laufen? Die sollen nur was schmuggeln und dahin bringen und dann wieder weg, ja. Ja. Also öfter mal ganz anders dann. Nur am Zaun. Lacht mal nicht. Plötzlich schau mal auf der anderen Seite nach. Schau mal auf. Ach, hier rüber erstmal. Genau. Aber bei dem DLC gab es eine Trophäe, die habe ich nicht geschafft. Die habe ich auch nicht verstanden. Also da sollte man, da kann man so Schlösser knacken. Unter sieben Minuten musst du das geschafft haben für eine Trophäe. Und nicht nur ein Schloss, sondern alle Schlösser. Bei so Sachen, Alter. Da muss ich echt mal nachgucken dann. Die Trophäe kriege ich sonst nicht. Unter sieben Sekunden. Ja. Weiß man wie schnell sieben Sekunden um sind? Ja. Sehr schnell. Deshalb. Aber in dem DLC. Erstmal Hauptstory. Outerway. Finde das Enter-Shift des Outerways. Verdammt. Outerway. Ja. Sieht so aus. Na gut. Na gut. Dann bewegt deinen Arsch wieder hier rauf. Aber Vorsicht. Die können überall sein. Wie geil. Das höre ich durch den Controller. Ne? Die Stimme von ihm. Das meine ich. Okay. Ducken mit Kreis. Das wusste ich auch nicht mehr. Das ist eine ganze... Ja gut. Eine ganze Weile her. Hätte gar nicht von da oben weg gehen dürfen. Und wieder in die Hocke. Das Dämpfungsfeld ist noch aktiv. Gleich. Nicht mehr lange. Was wollen die? Wer soll ich das wissen? Siehst du was? Lauf nicht. Es läuft die Zeit davon. Mhm. Ihr habt hier gar nichts zu suchen. Das ist Jacobs Chef. Sprinten. Ah. Da ist. Halt den auf. Sie gehen in Richtung Rundgang. Was wirst du? Was immer nötig ist. Ah. Kleine Bitch. Eigentlich hätte die... Hätte die gar nicht schießen können. Die wären mit rausgeflogen. Normalerweise. Wiss ich. Geil. Huah. Huah. Kommt doch. Das macht ja gleich. Kommt doch. Geh hoch. Ich mach's doch. Dann ruche ich doch. Uah. Alter. Ich sehe das in der Horde. Sie ist doch. Sie sind doch. Sie sind doch runter. Jetzt! Na ja! Na ja! Oh, schnell! Alter! Boah! Auf, trall! Verstehen wir die Steuerung! Das ist die Schlie! VW Mellie! ESU-City-Kerror! Kehren zurück nach der Liste! Negativ! UJC-Kerror! Kehren noch was zu begeidigt! Sorry, ich hab keine Wahl! Sind kapitel! Was sagt die Antigrafs? Sind schon auf Maximum! Die Geschäft ist nicht! Wir schaffen es! Pass auf! Nicht halten! Wir schaffen auf! Ach, sorry, ich hab keine Wahl. Hatte der auch nicht. Konnte nur noch abstürzen. Ach, geschafft! Ich hab dir doch! Ich hab dir doch! Ich hab dir keine Sorte! Hey, Max! 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 Mach dir, Mr. Man! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey Ein Lebenszeichen erfasst. Schütze Schuhkomfort. Lacken, sicherheitlich. Sind Sie hier wieder? Ja. Und der? Der ist tot. Dann brauchen wir nur einen. Okay, äh, bringen wir Sie hier raus. Laut Verzeichnis transportieren Sie Ladung aus dem Handa. Freelance haben wir hier selten. Mach nur meinen Job. Das ist mir klar. Das ist mein erster Absatz. Wir wurden hier etwa dran. Ja, ich glaube auch. Sieh, vier. Mal halbe Kraft, Frau Ausfahrtpfleger. Sie machen ihren Job, ich nur meinen. Ja? Jawohl. Sie meinen. Nimm mich mit. Hey, was soll das? Ich habe nichts gekannt. Wirkallis für Protokollen. Jetzt werden wir inhaftiert. Die sollten wir nicht nur was abgeben, nur was liefern. Aber, ja, jetzt wird er eingebuchtet. Was sollst du für blöd? Ruhe. Es ist viel zu spät für den Kleinen. Okay, ähm, Gefangene reden nur, wenn sie gefragt werden. Hey, das ist ein Fehler. Ich hasse Take-off-Ree. Ich bin kein Heftling. Du bist Heftling. 5-3-2-5-2-1. Und für dich bin ich Captain Ferro. Was? Nein, nein, nein. Ich bin Frachtpilot. Ich wurde angegriffen vom Outerway. Von ihr. Wir sind abgestürzt. Mein erster Offizier ist tot. Die Anweisung des Wortes. Oh, spricht man vom Teufel. Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben sie hergebracht. An diesen Ort. Der einzige Ort, an den sie wirklich gehören. Um das zu finden, was ihnen gefehlt hat. Eine Bestimmung für ihr sinnloses Leben. Ich bin Warden Cole. Und wir werden es herausfinden. Willkommen in der Haftanstalt, Willekei. Der letzte Teil ist das Schönste. Und hier immer Gänsehaut. So, Endstation. Steh auf. Heftlinge. Das war ein direkter Buffet. Das ist falsch. Ich gehöre nicht hierher. Hör zu. Weißt du, dass man Kelisto den Totenmond nennt? Tod. Das wärst du jetzt auch, wenn ich dich nicht aus dem Wagen gefischt hätte. Ich meine, verdammt, für alle anderen bist du praktisch dumm. Es wird Zeit für etwas Neues. Denn du betrittst jetzt ein neues Königreich. Nein. Mein Königreich. Also, woran du auch immer festhältst, das ist dein altes Leben. Du musst es los. Ich bin ein neues Leben. Voll und ganz. In meiner Hand. Also, erinnere dich, toter Mann. Okay, dir auch. Los geht's. Sie treffen nun die Kartanstalten weg ein an der Abteilung des KJC-Stadtverzugs. Begeben Sie sich unverzüglich zur Erstaufnahme. Ich bin Dr. Caitlin Mahler und gemäß Artikel 412 der UJC-Fahrvollzugsordnung wird Ihnen ein Core-Gerät eingesetzt. Doktor, er ist nicht im System. Wir wissen nicht. Verhalten Sie das Gerät vor. Gerät? Ich bin dieses Gerät. Ich seh doch an. Verdammt. Stopp. Ja, und ich werde meine Pflichten abgewissenhaft erfüllen. Halten Sie still. Das machen Sie es nur schlimmer. Ab Fluch. Ja. 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 Doktor, kein Herzschlag. Inyektor. Ich bin ein Güter. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Wir haben dieses Ding gar nicht hinten, jetzt. Black Island. Oh, das sind wir. 532-521. Ja, Licht aus. 17 Uhr, lol. Das war gerade noch nicht hier. Vielfiger. Spielewürfel. Achtung! Sicherheitspersonal sofort im Hauptblock melden. Dies ist keine Übung. Bewahren Sie, Bruder. Es gibt nichts zu befürchten. Meine Rüstung habe ich jetzt. Guck mal da. Geil. Ja, stimmt das nicht. Ja, richtig. Wir kommen raus. Lockdown. Bleiben Sie in Ihrer Zelle. Notfall, Alarmcode. Flieh steht da aber. Und da hinten, wie da alle laufen. Da oben sind auch noch Leute drin. Achtung! 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 Ich denke gar nicht dran. Anomalie erkannt. Anomalie erkannt. Die haben richtig geilen Loot. Wenn du den verkaufst, dann kriegst du richtig viel Kohle. Boah. Ja, aussieht. Guck mal da unten. Wie so zwei Leute auf einen draufschlagen. Alter, das ist schon feige. Vielleicht Drakonstop 2 mache ich. Und dann mache ich aber... Oh. Nochmal Batman. Hacom Origins. Habe ich erst heute wieder angefangen. Jetzt kommt es doch. Der beste Typ. Komm her! Guck mal. Komm her! Komm her! Komm her! Ja, ich komm zu dir. Bester Mann. Komm schon! Komm mal doch. Ich weiß nicht, was sich vorgeht. Mein Schiff ist gestorzt. Ich bin hier gelandet und als ich aufgewacht bin... Ach so, weißt du, du bist Pilot, oder? Ich bin schon mein halbes Leben hier drin. Ich kenn mich aus, ich hab einen Fluchtplan. Wenn du mir hier haushilfst, helfe ich dir, okay? Benutz das, um in den Kontrollraum auf der anderen Seite der Brücke zu kommen. Dort kannst du meine Zelle öffnen. Ich bin immer sehr leid. Jacob. Nicht den Kopf verlieren, Jacob. Könnt ihr dein Leben wenden? Mhm. Harte... Lass mich nicht hängen. Harte Zeit? Das mach ich nicht. Ein Prozent? Hä? Habe ich nicht eben auch was noch bekommen? Eine Trophäe? Wieso hab ich dann eher erst ein Prozent? Elias... Elias gibt Jacob eine Klingel. Hängen lassen tue ich nicht. Das ist der beste Mann hier. Ich mag Elias. Es gibt auch geheime Wege später. So, jetzt müssen wir erstmal hier durch. Naja, eine Waffe ist das nicht. Das ist ein Schraubenschlüssel mit so einer Spitze dran. Boah. 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 Jetzt gleich Arm ab. Dann wär der Arm jetzt ab. Darin steck mit ihm wäre. Boah. Wusste nur gerade nicht mehr den Namen von Elias. Jetzt weiß ich den. Ist lange her. Und eine goldene Trophe kriege ich sogar hier auch, wenn ich fünfmal perfekt ausweiche. Das habe ich damals sogar hingekriegt. Hier auf der PS5. Auf der PS5 nie. Aber hier ja. so einer wusste auch hier vorne nicht damals die ich geguckt habe wie man hier weiter kommt das ist ganz einfach die tür ist halt zu aber ist trotzdem das einfach war aber ab nur hier da geht es dahin geht es doch los da hinten komme ich später auch noch hin da wo es grün leuchtet das ist nämlich die erste heilung dahinten die leute die rennen die sterben alle oder verwandeln sich verschlossen ja aber hier sieht man ganz eindeutig dass man hier was machen muss also wenn das nicht gesehen hat ist blitz vorsichtig jetzt erstmal öffnen aufpassen drei Jawoll, Nachkampfangriff erstmal hier. Warum warten? Oh, hat mich angegriffen. Hallo, besser du oder ich, oder? Oh, jetzt guck mal hier. Oh, Kopf ab. Okay, ich habe einmal falsch gedrückt. Das mit dem perfekten Ausweichen, das geht ganz einfach, wenn da so eine kleine Zeitlupe kommt. So, jetzt. Hast du noch einen Arm, was? Fleischwunde. Das war eine Trophäe, ja, das war aber nicht die, die so schwer ist. Nimm einen lebenden Gegner, beide Arme mit Nah- oder Fernkampfwaffen. Eine Silberne Trophäe war das sogar schon. So, jetzt haben wir nur... Wer war das? Ja, wir haben nur eine Brechstange, wir kriegen aber vielleicht noch was sogar Geileres. So, Elias. Ich hole sie erstmal raus. So, guck mal, er ist direkt voller Blut. Alle offen. Das ist unser Reich hier. Ja, und bitte nicht wieder zumachen, weil da ist nämlich noch ein Audio drin, was ich unbedingt haben will, bei Elias. Naja, ähm, und ich habe es sofort falsch gemacht mit dem Ausweichen. Ich habe hier die kleinen Richtungstasten gedrückt, statt mit dem Stick. Deshalb bin ich einmal getroffen worden. Halte den linken Stick nach links oder rechts, bevor der Gegner angreift, um ihn auszuweichen. Es gibt kein Zeitfenster. Halte einfach nach links oder rechts, bevor dich der Gegner angreift. Um einer Serie von Nahkampfangriffen auszuweichen, halte den linken Stick in eine Richtung, bevor der Gegner angreift. Wechsel dann, um den linken Stick in die andere Richtung zu halten. Und wechsle hin und her. Weiche niemals mehr als einmal in die gleiche Richtung aus. Andernfalls wird die Sequenz abgebrochen. Ja, also man kann nach links, nach rechts. Man kann aber auch nach unten drücken zum Ausweichen, um einen Schritt nach hinten zu machen. Oha. Aber auf normal, der erste Gegner, guck mal da. Ich habe jetzt schon genug Leben verloren. Da habe ich schon sprinten. Ja, mit L1, super. Hat er schon mal rausgekommen. Das Tor geht nicht, ich konnte unreagieren nicht. Hä? Ja, was? Hat mich angehört. Oh, und das war sicher kein Mensch. Was redest du? Ich weiß, was ich gesehen habe. Dieser Ort macht einen verrückt. Aber das ist eine Chance. Was immer du gesehen hast, ist nur noch ein Ort abzuordnen. Siehst du den Wachtturm? Ja. Das ist unser erster Halt. Wir treffen uns da. Wie? Der Aufzug ist da. Ach, hoch zur nächsten Ebene. Das ist mild. Aha, sicher nicht. Das ist für ihn. Das ist für ihn. Das ist für ihn. Halten, um Angriffe zu halten. Das war's, das war das Ausweichen. Einmal haben wir's. Einmal. Ach ja, warte mal. Auf Leiche stampfen, das hab ich ganz vergessen. Das geht ja auch noch. Da kriegst du Loot. Nachdem du einen Gegner besiegst, drücke die Dreieck-Taste, um auf seinen Körper zu stampfen und Gegenstände zu erhalten. Hebe alle Gegenstände auf. Ja, genau, das hab ich total vergessen. So. Und wir haben einfach ein kleines Leben. Hör. Jo, Dreieck mit Stampfen. Total vergessen jetzt. Bei dem einen hab ich das eben, den wir gesehen haben, schon vergessen. Einmal perfekt ausgeglichen bin ich schon. Jetzt noch viermal. Und wir kriegen die goldene Trophäe. Das ist nämlich eine goldene, die ich kriege. Es gibt auch Schleichangriffe. Da muss ich schleichen und von hinten... Jacob, hörst du mich? Ja. Ja. Wie? Ermöglich zwei Wegefunk mit deinem Chor. Wenn man so lange hier ist, schau mal ein paar Tricks auf. Du hast es zum Transportschliff geschafft. Fahr runter und such auf dieser Ebene den Aufzug. Ich bin aber auch da hinten hin. Da ist Leben. Die meisten Leute sind jetzt sowieso tot. Nur die wichtigsten hier. Die überleben das. Oh, da ist was. Faires. Klage. Ja. Und wenn ein Unfall vor dem Toraus wäre, in jedem Stoff wurde. Anweisung des Wordens gesichert, normales Klimanzugang. Ich hätte nie gedacht, dass ich die alte Worden mal vermissen würde. Die war wenigstens berechenbar. Also kann man auch sehen, was es hier so gibt. Ähm. Genau. Ferris. Eins. Und dann gibt es noch hier vier Audio-Dinger. Ein Schlüssel. Und hier noch jeweils. Ein Audio und ein Schlüssel. Von zwei Leuten. Muss ich alles finden. Auch für die Trophäe. Weil das war damals die schwerste Trophäe für mich. Mit dem mit dem Perfekt ausreichen. Habe ich nämlich fast gar nicht gekriegt, bis ich es mal auf der PS5 gemacht habe. Besser ist das, wenn der einen Arm weg hat. So. Ja, jetzt habe ich nicht gedrückt. Schauen. Wenn ich jetzt sterbe, ist das scheißegal. Nuke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh ja, alles klar! Jetzt muss ich aber erstmal hier einen Cut machen. Einmal speichern. Beim nächsten Part weiter. Machen wir das nochmal Dragon's Dogma.